Gut, also ich hatte mir beim Gendern den Ding verreckt, aber jetzt geht's wieder. Die Peinlichen tun Peinliches und die Guten tun Gutes. Für die Börsenkurse wird viel getan. Die Welt ist keine Lesegruppe. Wenn du unbedingt jemand ganz Besonderes sein willst, dann geh und werde ein Niemand. Man muss keine Angst davor haben, ein Niemand zu sein. Fahr mal an den Strand. Ich habe mal am Strand in einem Schlafsack gepennt. Der Ozean erscheint ja so gewaltig groß. Die Welt ist so ungeheuer groß aus Menschenperspektive und Menschen gibt es wie Sand am Meer. Nachts am Strand kann man sich selber wie Sand am Meer fühlen und noch kleiner. Es ist okay und gut, einfach nur ein kleines Bestandteilchen der Welt zu sein. Trotzdem ist man dabei eben immer auch Teil vom Ganzen. Wenn du unbedingt hoch hinaus willst, dann nimm dir lieber an diesem Sand ein Beispiel. Versuche nicht, auf Teufel komm raus darzustellen, was du gar nicht bist. Keiner ist groß. Wir sind wie Ameisen oder nackte Affen ohne Fell. Probier lieber mal, wie dieser Sand im Leben zu sein und mach einfach irgendwas und gehöre dazu. Nur weil du ein guter Verkäufer bist, heißt das nicht, dass du ein wirklich gutes Produkt in der Hand hast. Im Gegenteil. Bei guten Verkäufern kann es passieren, dass weder die Käufer noch die Verkäufer merken, dass nur Windbeutel gehandelt werden. Aber Verkäufer haben Verantwortung. Wenn du irrationale große Angst davor hast, ein Leben lang nur ein Niemand zu sein, einfach nur irgendein Niemand, wenn dein Ego allein diesen Gedanken kaum aushalten kann, wenn es die Vorstellung, einfach nur ein Niemand zu sein, nicht aushalten will, dann werde gerade deshalb ein Niemand. Und lerne Bescheidenheit und lerne, dass auch jeder Niemand eine wichtige soziale Rolle zu erfüllen hat in seinem Kontext. Und dann geh und erfülle diese Rolle bestmöglich, ohne dafür Applaus oder auch nur irgendetwas zu erwarten. Du kriegst dann auch nur relativ wenig. Aber du lernst, welche Größe man eigentlich haben muss und dann auch erreicht, wenn man ein Niemand ist. Das ist die größere Größe als die, die zum Beispiel ein vom Applaus verwöhnter Star charakterlich je erreichen kann. Und wenn du ganz, ganz andererseits lieber irgendein unauffälliger Niemand sein willst, nur ein Teil der Masse, dann versuche doch auch ab und zu mal ein Jemand zu sein. Zum Beispiel jemand, mit dem man sich auch mal auseinandersetzen muss, weil der nicht bei allem einfach so mir nichts, dir nichts mitmacht, sondern sich auch mal querstellt und Widerwort leistet. Wenn es heißt, freiwillige vor, dann geh doch du mal als Freiwilliger voran, aber hinterfrage auch, warum. Und wenn sich mal bei einer Sache keiner zu Wort meldet, dann melde du dich zu Wort. Und wenn irgendwo irgendwas nicht stimmt, aber keiner sagt was, aber du hast dieses Gefühl, dann sag doch einfach, hey, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Sag es einfach, was soll schon passieren. Und wenn schon, es ist immer nur das Leben, das passiert. Und im Leben sind wir nun mal. Und im Leben geht es nur ums Leben.